Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Ja, ich habe jetzt hier ein Stückchen mehr abgeschnitten, weil ich musste ein Stückchen nachspielen, weil wir ja mitten in der Folge aufgehört haben. Und, ähm, als ich dann nachgespielt habe, ist mir aufgefallen, das Ding hängt mitten in den Untertiteln. Und da dachte ich mir, okay, du schneidest da noch ein Stückchen mehr ab und dann passt das. Jetzt habe ich halt nicht mehr so viel Platz wie vorher, aber das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir machen direkt weiter, das war nämlich sehr spannend beim letzten Mal. Genau, da haben wir aufgehört. Genau, wir wollen zu dem... Hallo? Warte, 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 warte. Wir wollen ja zu dem Wasser kommen, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet. Ähm, wir wollten zu dem Wasser kommen, um die Enderman zu verscheuchen, denn die haben ja Angst vor Wasser. Wir sind, äh, wir haben Soren gefunden und jetzt sollen wir das, genau. Ich glaube, das war gut so. Oh, ich hasse das, wenn mein Mikrofon nicht fest ist. So, jetzt aber. Oh, nein. Sollte, sollte passen. Wie viele Enderman gibt's denn hier? Na, du... Mal gucken. Oh, nee. Jetzt muss ich auch noch laufen. Einfach normal verhalten. Ich war's nicht. Wow. Dört mich nicht. Ja, ja, schon. Der hat ganz so seine Augen zusammengekniffen, als findet er uns so richtig sass. Hä, ich spamm doch. Perfekto. Schönen Tag noch. Aber wir haben jetzt wieder einen normalen Boden. Sollten die nicht able sein, hinter uns direkt jetzt zu spawnen? Was ist da? Warum hat das so einen komischen Filter? Das sah aber im letzten Mal so schön aus. Warum sind hier so viele Enderman? Mach einen Blick runter. Oh, nein. Sag nicht, ich muss die jetzt da durchführen. Oh, nee. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben. Na, wie geht's dir so? Ja. Nein, nein. Ich bin... Ich bin ein Enderman. Bleh. Ja. Nein. Irgendeiner von denen guckt hoch. Guck ihn doch nicht an. Guck ihn doch nicht an. Der ist so... Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich bin der Beste. Du bist der Beste. Gott. Erschreckt mich halt noch mehr. X. Oh mein Gott, hab ich mich grad erschrocken. Okay. Okay. Aber... ...ne Sprinkelanlage. Gibt's das in Minecraft? Ich weiß ja nicht. Ich hab dabei irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Weil Minecraft hat ja an sich keine Sprinkelanlage. Wobei, in dem Game ist ja sowieso alles ein bisschen anders. Oder? Wobei ich glaube, wenn das passiert, was ich denke, das passiert, haben wir gleich ein Problem. Genau das dachte ich mir. Jetzt steht gleich alles unter Wasser. Genau das hab ich mir nämlich gedacht. Das hatte ich vor. Aber das ist schon cool. Runder. Oh nein. Ich hab Luftblasen. Okay, come on. Let's go. Komm, komm, komm. Hälfte ist rum. Hälfte ist rum. Nein. Gabriel. Unsere Luft, unsere Luft, unsere Luft. Komm, komm, komm. Warum gehen unsere Luftblasen nicht runter? Ähm. Ja, das soll so. Gescriptet mal wieder. Ich find's schade, dass das Game nur in 30 FPS läuft. Aua. Ich glaub, es hat weh. Woo. Was ist denn da los jetzt heute? Oh, come on. Wir haben ein Steinschwert. Oh, come on. Was dachte ich mir eigentlich dabei? Ein Steinschwert mit auf meine Reise. Was? You seem like a person, who appreciates cool stuff, that's cool for no reason. Thanks. Go ahead and throw that letter behind you. Jesse. Und. Ey. Hallo. Der Controller hat nicht funktioniert. Der Controller hat. Ey, komm. Ich hab. Ja. Ja. Ich hab, ich hab versucht, aber es ging nicht. Ich geh näher an das Bluetooth-Gerät jetzt ran. Das eigentlich nur ein Meter von mir weg ist, aber bis zu 30 Meter halten soll. Hat auch genau so viel gekostet. Ja, eigentlich schon. Hehe. Jetzt aber. Come on. Zack. Oha. Lol. Das wäre in Minecraft nicht direkt. Wobei doch, es wäre direkt möglich. Klar. Bam. Nice run. Oh, mein Gott. Das war cool. Ey, oh mein Gott. Die tun mir schon irgendwie ein bisschen leid, muss ich sagen. Ich fühle die Eisengrohlebs. Die sind cool. Oh, wir haben schon wieder so eine richtig epische Location. Ne, ne, wir fassen da nichts an. Das ist dunkle Magie. Mit dunkler Magie wurde ich in Enderman verwandelt in der letzten oder vorletzten Folge. Das war nicht so toll. Super-TNT. Super-TNT. Ah ja. Bitte als Minecraft-Feature. Mojang, ihr habt Arbeit. Okay. Wir gucken mal in die Truhe rein. Hm. Ein bisschen habe ich was gefunden. Das ist schon mal schön. Ich habe was. Im Übrigen, ich glaube, das Video kommt schon 2022. Deswegen wünsche ich euch alles ein schönes, gutes, frohes neues Jahr. Das ist mir gerade so random eingefallen. Weil, ähm, ich habe schon Videos für nächste Woche hochgeladen. Und die Videos sind halt schon vor längerer Zeit aufgenommen. Dementsprechend habe ich da euch noch kein gutes neues Jahr gewünscht. Jetzt offiziell von mir ein gutes neues Jahr. Ich muss nachher noch Portal aufnehmen. Ich habe nämlich keine Videos mehr. Da macht man eine Woche Pause und danach seid ihr tot. Immerhin konnte ich Pause machen. Ich habe so viel vorproduziert, dass ich endlich mal Pause machen konnte. Äh, die ganze Nacht ist mir zu Kopf gestiegen. Jetzt ist alles schwindelig. Stay strong, Axel. Ja. Ich werde versuchen. Da hinten ist eine Chess. Ändert sich hier vielleicht noch. Ja, ja, ja. Das dachte ich mir, das dachte ich mir, dass so was versteckt ist. Okay, sie hat nichts gefunden. Ich gehe trotzdem mal weiter in die Richtung. Wer weiß, ob hier rechts noch was aufzau- Scheint, aber hier ist so viel Gunpowder. Macht doch einfach das Glas weg. Wofür sind diese Redstone-Leitungen? Die füllen ja nirgendwo. Ah, wobei, hier unten ist noch was. Ne, aber das macht's. Ich denke darüber gar nicht nach. Ich weiß nicht, ob sich die Entwickler da wirklich Gedanken gemacht haben. Äh, ne, wir reden nicht mit Ruben. Wir wollen an die Truhe. Tut mir leid, Ruben. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Versprochen. Oh, yes. Oh, ziemlich viel. Vier Stück wieder? Haben wir jetzt acht? Ja. Ah, komm, drück mir mal den Knopf. Schlechte Idee. Oh, was? Ja, lol. Die warten jetzt da alle, bis jemand einschaut. Aber wohin führt das? Na, Ansichtssache, ob das jetzt gut... Ich wollte noch mit Axel und Gabriel reden. Oder war das Lukas? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und das ist mein Super TNT. Ja, lassen Sie die Formidobomb bauen. Das sieht richtig aus, als wären da zehn Shaders und RTX und sonst was drauf. Das leuchtet so cool. Okay, well, we may not have the Formidobomb yet, but at least we finally have the ingredients. Es ist gefährlich, sie zu bauen. Aber wir müssen sie bauen. Ja, aber es ist gefährlich, sie nebeneinander aufzuhalten. Ja, aber wir müssen den Witherstorm zerstören. Warum ist da jetzt ein Endermann? Ich glaube nicht, dass die ein Schwein angreift. Also im Normalfall eigentlich nicht. Quick to the minecarts! Die, 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 die... Ich glaube, der zeigt auch keiner Batman. Quick to the mad mobile! Let's go! Schönen Tag noch, Endermanns! Ich finde, wir brauchen noch Nether-Männer. Finde ich. So Nether-Männer. Flash! Aha! Schönen Tag noch! Oh mein, was? Einfach umfahren. Oh, das ist ein Creeper. Die rennen vom Witherstorm weg. Ich sag's euch. Wenn die uns nicht angreifen... Oh, Leute, ich hab' ich komplett vergessen. Haha! Okay. Ähm. 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 Ein Glück, dass euch nichts passiert ist. Ich hab' euch komplett vergessen. Es tut mir leid. Sorry. Das ist gut. Oh mein Gott! Das frage ich mich auch. Aber weil die alle wegrennen... Ich sag's euch, da ist Death of the Witherstorm. Ich sag's euch. Prediction. Zeit für die Firmidobomb. Oh, ähm. Geh. There we go! Ist doch... Ist doch ganz cool, oder nicht? Ah, ist doch... Nicht so schlimm. Der hat nur so ein... Der hat halt... Der hat halt ein bisschen größeres Gehirn. Immer noch halb so groß wie meins. Aber ist halt ein bisschen größer geworden. Das geht so was von schief. Ich sag's euch. Oh. Wir machen das trotzdem. Ich werd' das machen. Haha! Ja, da hinten wird die Welt gesteuert. Aber wir ziehen erstmal Streithölzer. Das ist meine Chance. Komm. Wir machen das. Und wenn ich kein Held werd, werd' ich eine Legende. Ich werd' die Firmidobomber. Das war's, was ich hoffin' für. Hahaha! Darauf hat er gewartet. Ja, klar. Er wollt' einfach selber nicht. Das ist die Sache. Ich werd' nicht schief. Ich werd' nicht schief. Ich werd' nicht schief. Nein, nicht entscheidend. Bitte. Bitte nicht. Ich verbrühe. Ich verbrühe. Ich verbrühe. Ich verbrühe. Wir haben Elegard das letzte Mal geholt. Und diesmal nehmen wir Magnus. Habe ich da ein Zeitlimit jetzt oder so? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Das hat man, glaub ich, mal im Trailer gesehen. Dass man da so ein Zeit-Dings hatte. Irgendwie so ein TNT mit Dings. So mit Gunpowder irgendwie. So ganz weirdes Crafting-Rezept. War das das? Weil das war auf Zeit. Also der Typ. Beziehungsweise also im Trailer ist der Typ dabei gestorben. Aber ich weiß nicht, ob das das Ende ist oder nicht. Okay, ich sag's euch. Wenn es das ist, was ich denke, dass das ist, dann haben wir jetzt ein Zeitlimit. Das wär nicht so gut. Das wär nicht so gut. Ich beeil mich trotzdem mal. Okay. Hab ich's nicht geschafft? Oh, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ah. Einfach alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Oh, da ist ein Baum. Wieso kann ich eigentlich schwimmen da drin? Y. Ich drück einfach alle Knöpfe. Ich bin nicht so schnell im Reagieren. Oh nein, jetzt muss ich... Ihr überlebt das. Bitte nicht. Sag nicht, ich muss das Crafting-Rezept jetzt nochmal machen. Ich hasse dich. Spiel, ich hasse dich. Hallo? Wieso wählt der das nicht aus? Bäm. Yes. Okay, wir haben's. Oh, die sieht stylisch aus. Sieht aus wie so ein Command-Block mit F. Ja. Take this. Autsch, das ist ne Angel. Ja, ist das. Los. Ha. Bäm. Du musst das. Aber das ist jetzt nicht das Ende vom Ge... Ich seh gerade. Greenscreen? Was ist eigentlich los mit dir? So war das nicht geplant? Bitte was? Ich kann nicht glauben, es ist tatsächlich tot. Du hast es getan, Jessie. Du hast es tatsächlich getan. Nicht, dass ich sagen, dass ich dich schäuze, aber ich habe es ein bisschen getan. Aber jetzt nicht, und ich werde es nie wiedersehen. Äh, ich habe es geschafft. Oh, sorry. Sorry. Ich wusste nicht, dass ich... Äh, dass das mit dem weißen Greenscreen... So, sorry. Ja, aber das ist... Oh, no. Ich habe sowieso... Ich habe die Lichter verstellt, da muss das mit neuen Dings... Ist... Nein. Er lebt noch. Nein. Nein. Du wirst nicht sterben. Du stirbst nicht. Du schaffst das. Ich sage es dir, du schaffst das. Hey. At least I finally got to be a real hero. Right? Ich lasse dich nicht im Stich. Ich lasse dich nicht im Stich. Nicht ohne dich. Action. Nein, nein, nein. 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 Nein! Was? Bitte, warum? Also... Die können doch nicht einfach Magnus sterben lassen. Hallo? Hallo? Bitte, was? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Ja, nicht so gut. Ich habe einfach Magnus getötet. Ihr Entwickler! Das können die doch nicht machen. Lost. Aber? Alles gut? Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao, ciao.